Grüß euch Jungs, mein Name ist Leon Fritza. Ich käme am 25. Januar in St. Petersburg bei der Kolosseum Fight Night. Ich trainiere hart, ich trainiere fleißig beim Lachamia Fight Club und beim Wörthrück Lokomotive. Und ich hoffe, den Sieg mit nach Deutschland und damit auch nach Leipzig zu kommen.